Königsberger Ring, Ausstieg links, Exit left Ostfeldstraße, Ausstieg links, Exit left Tiergarten, Ausstieg links, Exit left Großer Hillen, Ausstieg links, Exit left Saarbrückener Straße, Ausstieg links, Exit left Blegstraße, Ausstieg links, Exit left Annastift, Ausstieg links, Exit left Nackenberg, Ausstieg links, Exit left Uhlhornstraße, Ausstieg links, Exit left Übergang zur S-Bahn Kantplatz, Ausstieg links, Exit left Klausewitzstraße, Braunschweiger Platz Marienstraße, Marienstraße und zum Henriettenstift Egidientorplatz, Ausstieg links, Exit left Kröpke, Stadtmitte, City Steintor, Königsforter Platz, Leibniz-Universität Schneiderberg-Wilhelm-Busch-Museum Appelstraße, Herrenhäuser Gärten Schaumburgstraße, Herrenhäuser Markt Ausstieg links, Exit left Bahnhof Leinhausen, Ausstieg links, Exit left Übergang zur S-Bahn Stadtfriedhof Stöcken, Freudenthalstraße Stöckener Markt Stöcken, Ausstieg links, Exit left Endpunkt, Fahrgäste bitte aussteigen Last Stop